Familienfoto. Alle lächeln in 3, 2, 1. Hier kommt der zweite Part vom ersten Doppelvideo vom Video Wunsch. Und ja, letzte Woche habe ich vergessen, die Kommentare einzublenden, die sich das gewünscht haben. Also hier blende ich euch die Kommentare ein. Okay, have fun! Und du bist dir sicher, dass du hier so einen Knarren gehört hast? Ja, ganz sicher. Ich mache mal das Tor auf. Ganz leise. Vielleicht erwischen wir den dann. Was war denn hier? Keine Ahnung. Ich habe hier ganz viele laute Geräusche gehört. Okay, dann lass uns mal gucken. Ich mag es nicht, nachts im Park zu sein. Ich auch nicht. Verstehe ich. Aber wir müssen jetzt mal nachgucken, wo diese Geräusche herkommen, damit ihr in Ruhe schlafen könnt. Na gut. Und wo kam das denn? Ich glaube, wir sind da hinten. Also ich habe es dann da hinten gehört. Okay. Dann lass uns mal gucken gehen. Ja. Hä? Das ist voll komisch. Da hinten ist nichts. Lass uns mal näher rangehen. Vielleicht sehen wir dann was. Na gut. Ja, ich sehe da hinten auch nichts. Hm. Ich sehe da hinten was. Was denn? Das ist etwas heller. Stimmt. Hier ist es etwas heller. Komm mal mit auf die Brücke. Von hier hat ein guter Blick auf dieses helle Licht da hinten. Ja. Ich komme. Ich auch. Wow. Ist das krass. Ah. Ah. Was war das? Eine Explosion oder so. Oh. Oh. Wow. Es hat uns alle weggeschleudert. Leute. Was hat diese Explosion mit uns gemacht? Keine Ahnung. Lass auch mal gucken. Aber Leute. Irgendwie kribbeln meine Finger jetzt total. Meine auch. Und meine auch. Unsere allen. Naja. Hat wohl nichts zu bedeuten. Lass uns nach Hause gehen. Ja. Okay. Aber es ist schon irgendwie komisch. Ja. Stimmt. Nachdem wir diese Explosion abgekriegt haben, haben unsere Finger so komisch gekribbelt. Müssen wir morgen mal herausfinden. Jetzt ist es spät. Müssen schlafen. Okay. Kommt nach Hause. Mara. Deine Haare. Die sind grün. Mara. Aufwachen. Deine Haare sind grün. Was? Meine Haare sind grün. Und deine sind lila. Oh je. Warum sind unsere Haare bunt? Keine Ahnung. Ah. Guten Morgen. Jan. Äh. Mädels. Eure Haare sind lila und grün. Das wisst ihr schon, oder? Oder wisst ihr das nicht? Ja, Chloe. Und deine Haare sind rot. Was? Oh ne. Ich will keine roten Haare. Ich mag kein rot. Ich wollte rosa Haare. Ja. Äh. Jan. Deine Haare sind blau. Aufwachen. Was ist los? Wow. Sind meine Haare genauso blau wie deine lila? Ja. Äh. Mist. Jakob. Meine Haare sind braun. Meine Haare sind braun? Meine Haare sind immer braun. Das ist Laumeier. Nein, aber die sind jetzt richtig dunkelbraun. Oh, wirklich? Ja. Oh. Das mag ich nicht. Ich mag meine hellbraunen Haare. Ich auch. Billy, Greta. Guckt euch mal eure Haare an. Die sind furchtbar. Was ist denn mit unseren Haaren? Keine Ahnung. Äh. Deine Haare sind weiß. Und deine blau. Äh. Du weißt schon, dass deine Haare grün sind, oder? Mara? Ja, ich weiß nicht, dass meine Haare grün sind. Wir müssen gucken, was mit den anderen ist. Die haben auch alle bunte Haare. Hier. Guckt euch mal eure Haare im Handyspiegel an. In der Kamera. Oh. Okay. Ja, meine Haare sind wirklich weiß. Und meine blau. Haben die anderen auch alle bunte Haare? Ja, habe ich ja schon gesagt. Oh, okay. Lass uns mal die anderen angucken. Ja. Los. Okay, wir haben alle knallbunten Haare. Was jetzt? Keine Ahnung. Wer von euch war das? Keine Ahnung. Derjenige hätte uns ja selber auch mit erwischt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Keine Ahnung. Oh, da ist eine Spinne. Was? Eine Spinne? Ah! Ah! Kloi, warst du das gerade? Keine Ahnung. Ich habe mich erschrocken. Wieso sind auf Klois Hände Feuer gekommen? Keine Ahnung. Leute, was ist, wenn dieser Blitz uns Superkräfte verliehen hat? Weil ich meine, wir haben alle bunte Haare. Das würde doch Sinn ergeben, oder? Du meinst, wir haben alle welche? Das wäre ja cool. In dem Fall wäre es wahrscheinlich Jan, weil er blaue Haare hat. Er das Feuer löschen kann. Oh, tatsächlich. Ich kann das mal in hinten Wasser machen. Das ist ja cool. Wow. Ich will auch was machen. Ich auch. Ich bin dran. Ich habe weiße Haare. Also habe ich wahrscheinlich Eis oder so. Wartet. Wow. Das ist kalt. Wow. Das ist cool. Auf jeden Fall. Mega cool. Ich bin dran. Guckt mal. Ich habe, glaube ich, Wind. Wow. Greta, du bewegst ja alles mit dem Wind. Ich weiß. War cool, oder? Ja. Und jetzt lasse ich dich fliegen. Hey, Greta, was soll das? Greta, lass mich sofort wieder runter. Wie du willst. Wow. Sanft. Ja, ja. Aber es ist doch voll cool, dass wir jetzt alle super Kräfte haben. Oder? Ja, das stimmt. Und Haare kann man nachfärben. Ja. Mega cool. Was habt ihr? Ich habe, glaube ich, Erde. Tada. Wow. Ich habe Blumen blühen lassen. Wow. Voll schön, Jakob. Und guckt mal, was ich kann. Ich kann Blitze machen. Guckt mal. Wartet. So. Tada. Wow. Voll cool. Das kann ich auch. Nur noch etwas cooler. Wow. Ich kann nämlich Wetter verändern. Das ist voll cool. Wow. Das ist ja wirklich cool. Ja. Pichos. Hahaha. Oh oh. Wir sind euer schlimmster Albtraum. Ihr müsst gegen uns kämpfen, wenn ihr die Welt retten wollt. Ja. Und so weit bin ich mit dem Buch, was ich geschrieben habe bisher. Boah. Das ist ja echt eine tolle Geschichte, Greta. Und die wolltest du heute auf der Buchmesse vorlesen, wo du ja leider nicht hingehen kannst, weil du Hausarrest hast. Ja, leider. Ich finde das voll unfair. Wir könnten berühmt werden durch diese Geschichte. Schließlich heißt eine der Hauptrollen Chloe. Und wegen den blöden Jungs können wir das nicht machen. Aber wir können es den Jungs doch heimzahlen. Finde ich auch. Hm. Oh ja. Das machen wir. Wir wollten da eh Jungs gegen Mädchen machen. Okay. Wir werden den Jungs jetzt so richtig heimzahlen, Leute. Jeder macht was. Alles klar. Wir kümmern uns im Jan. Hahaha. Okay. Komm, Chloe. Wir kümmern uns im Billy und Jakob. Das wird los. Also ihr habt einen Streich abgezogen und ihr wollt mich jetzt, dass ich euch helfe, weil ihr jetzt alleine zu große Angst habt, was die Mädels anrichten können. Ernsthaft, Jungs? Das ist eure Meisterleistung? Ernsthaft? Äh, ja. Na gut, ich helfe euch. Dann müssen wir uns aber was richtig Gutes ausdenken für die Mädchen. Damit die hier so richtig genervt von uns sind. Schließlich wollen wir den Krieg doch gewinnen, oder? Na klar wollen wir das. Ich will das auch. Prima. Los. Auf geht's. Der Krieg, der Streicher hat jetzt offiziell begonnen. Der Krieg, der Streicher hat jetzt offiziell begonnen. Hahaha. Hahaha. Musik Musik . Wer hat denn was geschrieben? Oh, Maddie schreibt, wollen wir morgen zusammen ins Kino gehen? Oh mein Gott, worauf war die schon so lange? Oh, sie hat ein Bild von sich geschickt. Oh, ich muss es mir unbedingt angucken. Mal gucken, wie sie auf dem Bild aussieht. So, anklicken. Das sind ja die Mädels. Mann, die blöden, ey. Oh Mann, wie schade. Oh Mann, wie schade. Billi, kommst du? Du musst duschen gehen. Billi! Oh Mann, was ist? Du musst duschen. Heute? Jetzt? Ich war gerade aber in der richtigen Runde von einem Videospiel mit Basketball und so. Und Billi, das kannst du gleich weiterspielen. Jetzt wird erstmal geduscht. Oh Mann. War das heute anstrengend in der Arbeit. Ganz ehrlich. Kann ich kurz duschen gehen, Evelyn? Äh, ja klar. Du kannst vor Billi gehen. Ja, unbedingt. Danke, Billi. Ich bin so verschwitzt. Ja, kannst ruhig vor mir gehen, Papa. Habe ich kein Problem mit. Danke, mein Sohn. Wo ist Papa? Keine Ahnung. Mama, wo ist Papa? Der duscht. Der ist jetzt duschen. Was? Habt ihr ein Problem damit? Papa ist duschen? Warum bist du denn nicht duschen? Äh. Peppa darf ich nicht duschen. Was habt ihr gemacht? Möglicherweise das gleiche wie ihr mit uns. Oh oh. Äh, ja. Da haben wir jetzt wohl ein Problem. Was ist denn mit euch los? Nichts, Mama. Das hast du gleich erfahren. Evelyn! Was ist los? Tobi, was ist denn mit deinen Haaren passiert? Und dein Bart? Keine Ahnung. Das war im Shampoo drin. Oh, das ist ja die gleiche Farbe wie von Greta-san. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich sehe schlimm aus. Äh, Kinder, kommt ihr mal bitte alle mal her. Äh, ja. Wieso sieht Papa so aus? Äh, ähm. Ich glaube langsam, dass Greta uns die Wahrheit gesagt hat. Dass das hier auch nur durchs Duschen entstanden ist, die roten Haare. Dass das im Shampoo war. Tut mir echt leid, dass ich dir nicht geglaubt habe, Greta. Ja, schon gut, aber... Und, du hast gesagt, dass das Billy war. Und das glaube ich auch, weil ihr euch im Moment sehr oft streitet. Früher, mehr als sonst. Und deshalb glaube ich auch, dass Billy das mit Papa war. Was? Nein, das war ich nicht. So, ihr anderen könnt gehen. Euer Hausarrest ist auch aufgehoben. Auch deins Greta, meine ich. Und Billy, du bleibst mal hier. Aber ich hab doch gar nichts gemacht. So, Billy. Das geht so nicht. Aber Leute. Und dann auch noch nichts mehr zuzugeben. Ich war's aber nicht. Billy. Guck mich mal an. Muss ich das? Billy. Ja, es tut mir leid, aber ich war das nicht. So. Du hast jetzt auch erstmal für drei Monate Hauserreis. Mir tut Billy voll leid, Leute. Ja, das ist ja eigentlich eure Schuld. Unsere aller Schuld. Wir haben ja dieses komische Bettel gemacht. Den Streichen. Ja, und jetzt kriegt Billy alles ab. Als gute Geschwister müssten wir eigentlich hingehen und sagen, dass wir das waren. Ja, müssten wir. Dann kannst du aber deine Buchmesse vergessen. Das ist mir egal. Ich hab mein eigenes Superheldenteam zu Hause. Das brauch ich nicht noch veröffentlichen. Okay, gut. Mama, Papa, wir müssen euch da was beichten. Hört uns mal bitte zu, ja? Ja, was denn? Ähm, das war nicht Billy. Wirklich nicht. Och nein? Wer war das denn dann? Ähm, wir waren das. Also die Mädels. Ja, wir hatten den Plan. Es sollte eigentlich Billy treffen. Wir wussten nicht, dass Papa vor Billy duschen geht. Ja, also Mara, Mira, Klo und ich waren das. Ja, und wir waren das aber auch, weil wir waren in einem Bettel. Wir halten jetzt alle zusammen, Leute. Wow, was sagt man dazu? Unsere Kinder haben mal wieder richtig schön zusammengearbeitet. So wie früher. Nicht ohne Streit. Heißt das, ihr bestraft uns nicht? Oh doch, wir werden euch bestrafen. Euch alle. Oh oh. Und wie schlimm? Hast du schon eine Idee? Ja, ich hätte da eine Idee. Okay. Also das haben wir jetzt davon. Jetzt haben wir alle rote Haare. Immerhin haben wir alle rote Haare. Und nicht nur einer von uns. Ich hoffe, das ist auswaschbar. Das hoffe ich auch. So müssen wir heute nämlich rausgehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.